Mein Name ist Marcel Kühnli, ich bin der stellvertretende Fertigungsleiter in der mechanischen Fertigung bei der Firma Blumenovotest in Grünkraut. Wir haben eine Maschine für die Fertigung von unseren Systemträgern gesucht und uns war hauptsächlich die Automatisierung wichtig, dass wir unsere Prozesse über Nacht, übers Wochenende laufen lassen können. Wir haben eine Grob G150 mit einer Roboterzelle GAC R60 bekommen für unsere Systemträgerfertigung. Mein Name ist Ralf Brückle, ich arbeite bei der Firma Grob in der Projektierung. Mit der GAC R60 und den Kundenanforderungen konnten wir eine hochmoderne Anlage entwickeln. Wir waren im Dezember 2021, haben wir die Anfrage an die Firma Grob gestartet, daraufhin haben wir im Januar 2022 das erste Angebot bekommen und im März 2022 wurde die Maschine durch uns bestellt. Gleichzeitig erfüllten wir den Kundenwunsch nach Ultraschallreinigung. In Verbindung mit der G150 und dem Tieflochbohren konnten wir die Durchlaufzeit im Gesamtprozess deutlich verringern. Darüber hinaus stand die Zusammenarbeit im Projekt im Vordergrund. Dadurch konnten wir die Anlage schnell und effizient realisieren. Wir waren sehr zufrieden mit der Angebotsphase, mit der Umsetzung der Maschine und bisher auch mit dem Service von der Firma Grob. Das führt zu mir diese Anlage. Wir waren sehr weib- und besonders mit der Abonnungen. Das war es mit der Anlage. Das war es mit der Anlage. Und das war es mit der Anlage. Das war es mit dem Motivation. Vielen Dank.